die höhe da so leer gelootet um der ecke auch ein wolf baby wie süß mit diesel rühe aber nicht was hast du gesagt keine kumpel und zurzeit hat er keinen bock ich habe nicht so wirklich auch das ist nicht ernst dass es nun geht oder aber wo bist du was tust du nein 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 ja nicht mit der bäume da abbauen ich hab nur hier ja du sollst das lassen ich war zu faulig um den baum herum zu gehen also bin ich durch die mutter ein kind trete ich mal um hexen sich bekriegen ich töte ganz bestimmt nicht die hexe warum nicht weil du hast keine chance gegen die nicht schlimm nein ja doch ich hab dir kippt nütz wer kommen wir nach dem nebel jetzt fußlauber ich glaube wir können auch stehen wir brauchen nicht schlafen kann jemand die hexe töten ich glaube wir sind alle zusammen bei der hexe stark man kann versuchen aber aber da mache ich erstmal neues schwerer weil es ist was geflüchtet ich habe auch ein starkes ich bin ein eigenes wert mit was habt ihr alle so viel schwerer gerade die weisen markus der ist weg ich habe ein bogen auch der sucht das ist mit nicht gebring ich bin ja in der texte ich bin nicht mehr gut sie an ich bin nicht mehr gut sie an ich bin nicht mehr vorbei die sie die alte mich nicht ich habe ein labakus oder angeleint ach du blödes arschloch ist wirklich tot ich weiß nicht was ich jetzt hier habe ich bin grad reingerannt wie so ein held ja und jetzt ist das ding tot oder was das war von der hexe getrunken ja ja aber ich bin hier grad irgendwie hm 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 ja keine Ahnung ich hab so komische Dinge um mich rum ach so der die kriegst du nun weg wenn du Milch trinkst oder wartest wenn du nicht baden warte 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 das geht weg ja warte mal ich kann auch Milch trinken ja aber ich kann nicht rennen blöde nass brauchst du einen zettel warte 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 auf klo und dachte jetzt der weile habt ihr mal die nacht übersprungen was denn los naja ein teil von dem war nicht da und wir waren alle mit der hexe beschäftigt marco sei was hast du für schwert oder schwert stein schwert lobe ich habe ich möchtest du ein einzelnschwert ich habe eins zur verfügung auch geht auch noch ich will erst mal die nacht überspringen ich bin schon unterwegs mit meinem neuen haustier ich will mein ding sammeln ich will mein pötchen haben gibt es nicht ich will mein pony pony ja lass mich doch klemmen ich sag dazu gar nicht ne aber ich könnte einen grinsen das ist nicht alle wettner einer geht es geht doch mal ins bett ins Bett jetzt Ja, Mama Da kriegt jemand Arschläge So, jetzt pass' ich deiner Bohnen Wie kommst du wieder alles weg? Ja, der Rico ist so nett, der hat ganz viele Steine aufeinander gehäuft Das heißt, den kann man schön abbauen Was hab' ich? Du hast ganz viele Steine aufeinander gehäuft Den kann man ganz toll abbauen Die brauchen Steine Der Rico kann echt wieder sein komisches Ding da weg Da wohne ich klappe, das kannst du auch rennen Guck mal, Pfirsäkchen, Schatz Nimm bitte das Schwert Nimm das Schwert Oh, Mann Warum muss der Scheißpieper da bis zurückfallen, alter Meine Fresse Oh, das ist doch Stein, oder? Ja, das ist ja auch weiter abrund Jetzt hör auf mit der Scheiße Nein, ich hab mich jetzt vertan Hier ist eine Steinhacke, oder? Nein! Was soll ich denn nehmen? Das doch vor Ach Das ist eine Eisenhacke Ja, Spitzhacke Ich habe mich hier in einem tutorial für Arme Ich fahr nicht Ich fahr nicht Ich fahr nicht Das du da nahrungsammelst dann bringe ich die normalen Nahrung von meinem Haus auch vorüber Pülzen und Weizen und ich konnte auch noch ein Wort nicht gibt es um doch nur für Essens die Muschel doch das Donneimer kann ich den Mürgermeister genutzt ich habe sogar ein die Demokritz die Hügel gut ich glaube ich bin Dann muss man vom Kompromiss eingehen. Was? Was? Boom. Aufpassen, da ist man Höder, da könnte was rauskommen. Wo soll er Höder? Da. Zwo. Tobenfisch ist nicht kochbar. Auch nicht bratbar. Hm, alles klar, okay. Da. Warte. Oh, ne, warte. Ne. Schweiß, wer mein Gott sieht. Hier ist nur ein Eimer. Ich hab 3 zur Verfügung. Brauchst du mal ein oder? Die andere auch. Ja, ja. Warte. Dann gehöre ich noch. Ich weiß nicht, ob ich die Muschel essen kann, habe ich hier mal reingepackt. Muschel? Ich hab nur Muschel da reingepackt. Ich hab noch was Essbaren. Außer der Kugelfisch. Ich hab noch was Essbaren. Außer der Kugelfisch. Ich hab hier reingepackt. Ich hab hier reingepackt. Kartoffeln sind der Kartoffeln. Du. Kenien. Verhalten und Kn Philipp Zeller. Hä? 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 ich frage vorher war es ist nicht mehr interessiert aus dem namen gibt es ja 4 hat man zufrieden für stück zu machen oder prozent man einen eisenbahnen dafür er oder anders in am boston da kann man es umschreiten dritten am führten wort das hat viel traurig hier dann die x-jahr ist typisch Bücher sicher! Wieso gebe ich dich eigentlich auf die Suche ein? Genau, dann kommt es mich nochmal dabei hin. Oh, halt so. Tut eh doch heute weh. Das drängt eigentlich an, diese Uhr. Das wird mich echt mal passieren. Die Uhr zeigt dir an, wie spät es ist, glaube ich. Und dann kannst du dich daran orientieren und du nach Hause musst irgendwie, aber ist das... ...kletter ein bisschen los. Schönst dich, ne? Man, dann gibt es hier nämlich einen Fallraum hier. Wie denn? Jetzt bräuchte ich echt ein Ding hinter mir. So ein Ding hinter dir? Du hast ja ein Ding hinter dir. Ein Ding hinter dir. Ein Ding hinter dir. Ja. Ich hätte auch Lehm abbauen können dafür. So. Jetzt haben die Männer halt wieder gekauft. Und auch noch rosa. Na ja, zum Kicken. Ja, passt ja. Rosa flausch ich zu dir. Oder wo auch immer. Was ist das? Eisenblock... Ah, Eisenbahn. Braucht man für diesen Amboss. Okay. Hm. Ich habe einen Eisen... Ich bin reich. Ich habe einmal einen Eisenbahn. So. So. Schleimbolle. Was krieg ich denn das hier? Dein Lama rennt. Gut, festgemacht. I's ongeloont. Das war's. Markus, ich hab dir was in die Kiste gelegt, die hintere in dem Steinhaufen. So, ich hör mal jetzt auf den Steinhaufen. Ich dachte, der, der nicht mehr da ist. Den, den wir abgebaut haben. Nein. Nicht der. Sollte ich anders, wenn da immer ein UFO wäre, Alter. Ja? Sollte ich anders, wenn da ein UFO wäre, oder so. Puh. Oh, was kannst du nicht mal dein UFO wegmachen? Esst, esst und macht Kinder. Egen, überhaupt irgendwas, vielleicht gießt du drin. Ey, Ruhe. Da. Ich hab's gesagt, oh, Rauch. Ich wundm an hier 30 km aus. Ebenlichen Sachengegenstände zu. Sie sind dann das 4 Kühle. Waar eine gezüchtete Ich hab eine gezüchtet. Ich hab' vier. Ah, da hab' ich nochmal zwei. Scheiße. ausgebrochene schwarf hast du noch das arme schaf dahinten ist er ganz allein verliebt egal ich glaube so ist wenn ich auch mal gegen du verschenkt was ich weiter gerade nur die felder und in der bauer und hätten der produktion du kommst ja als erstes entgegen ich habe ein geschenk für dich in riko geschenkt für mich kevin und markus noch die übrigen drin es gibt die geschenke von der firma wir haben geschenke bei einer Ich dachte, wir müssen das auch noch machen. Aber wir müssen, also dieses auch noch. Müsste machen wir noch mal bei DVD ins Mission mit wieder Knochen. Okay, machen wir den dann. Ja, in vier Wochen kommt es noch die Kapitel raus. Du. Ey, da rennt ein Zombie-Zer. Warum können wir so schnell ran? Oh, das Babyzombie! Babyzombie kommt. Und halt. Jetzt geht aber auf die Lohnstatt noch. Ja, Babyzombie. Kleiner Hund. Ich warte nur auf euch. Wir sind schon. Na, lila, lila, lila. Und der Kotzke an deinem Schuh. Oh. Oh, jemand wolles? Oh, Enderman, Enderman, Enderman. Ja, komm. Ich bin lustig für Krieg. Geht er weg? Kevin will das Geschenk nicht haben, okay? Hä? Kevin, ich bin ja nicht. Immer noch nicht weg, äther. Warum haut er nicht ab? Der haut nicht ab? Oh, hier ist ein Skriper. Musste Wasser platzieren. Okay, ich krieg's einfach nicht ins Ruhr. Wie krieg ich denn das, der weg geht, Enrico? Schau, du magst Spendien. Nein, 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 nein! Das ist nicht wahr. Was ist passiert? Die Brücke hat's überlegt. Es ist weg. Es ist weg. Oder? Ja. Du hast den Krieg, dass dein Lama-Pinke ist. Mit Teppichsachen. Ha, wie cool. Das ist nicht lustig, aber von... Das ist nicht lustig, aber von... Das ist nicht lustig. Wie krieg ich jetzt die Kühe da raus? Scheiße. Wenn alleine viele hier eventuell... Das wäre ne Idee. Gut, dass ich vier Stück hab. Aber erstmal brauch ich ein neues Gehege dafür. Nehm doch! Und wo brauch ich da? Und wo brauch ich da hin? Weiß ich nicht. Ach, hast dein Koffer gefunden? Hast du deinen Koffer gefunden? Scheiße. Ich muss nur hier noch ein Gehege reinbauen, dass ich die trennen kann, aber ich weiß nicht, ob der die jetzt festhält, wenn ich jetzt wechsle. Okay. Ich brauche eine Steinsäge. Das war's. Jetzt rennen alle raus. Ich ziehe mir schon was zuerst. Ey da aus dem Kuh. Ja hier haut Ogmi die. Geht auf. Da ist sie nicht verarscht. Warum soll ich gucken? Komit. Mirum auch dabei gratis. fressen naja ein tag es sind zu viele tiere nein du kommst nicht raus es reicht schon dass hier noch drei schafe durch die gegendin nicht viel zu reise im bett wir haben ein blumenbeet drin ja geil ich habe gerade dieses schafs ziemlich fett aus wenn sie das gibt kalt oder was nur oder das war meine Leine die zweite eine leider nicht ach so gut ok ich bin um es hätte ich die Spendung angefangen ja die hier draußen kann zu töten Prozent wenn man zu essen geht mir doch jetzt mal aus dem Weg der Drecksviejo nutzviejo ach ich hab ne stehnsäge siehst du das ist ja schon seit der Schule voll gewendet da noch ne Kuh ne scharf ey scharf ich guck zu das das war das letzte im Außenbereich die haben wir einfach Löcher hier in deinem Bild gefressen ne das ist in Ordnung das war ich also das sind diese Wasserwäsche damit sie alles gewachsen kann das ist ich alle erstens mit den Schafen und die hier kommen die hallo können die jetzt mal alter mit welchen so getreide kommen hier kommt ups na los 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 alles hier in die Ecke und das kratzt aber so schön siehst du also kratz hilft warte mal ich müsste doch noch eine Tür haben eine Zauntür ok nach der nächsten Zucht wird geschlachtet zumindest bei den Schafen oh das ist doch eine Tür gehabt oder ich muss jetzt mal den Verlust von den zwei Kühen einholen das ist ein Zaun ein Haus ich bin auch sicher da sind die Tür auch doch nicht doch nicht ich bin auch einfach nur da angepasst reichtum ich war jede menge bruchsteuern oder könnte auch hier draußen denn machen habe ich auch also falls das nicht passt habe ich eine kette für wer soll mich meinen was ich nicht brauche mit bisschen ordnung reinkommen das klinge an buchstein die wolle behalte ich das kannst du haben eine Tür schild google fisch das buchstein wollte ich aber hier habe ich nicht was Mama als der kniechen verwalt ich auch ist neu jetzt ganz warm sie gleich wie besser aus so sind nur ein bisschen zu tieren die auch geben Nein, aus! Jetzt kommt der Fisch! Oh! Du kannst doch abfliegen gehen. Denk ich nicht, wenn du das abfrest. Du musst auch noch, wenn du das abfrest. Das weiß ich nicht. Ich will gute Dinge kaputt machen. Ich kann die Dinge reparieren und das kriegen wir hier. Das sieht man ja auch in dir. Ich kann die Schlache aber nicht reparieren. Das war keine Herausforderung. Uh! Floschi! Ich hör auf, die mag das nicht. Spinnaugen kann man nicht reinmachen. Und roter Pils auch nicht. Die Muschel genauso wenig. Das ist ein Loch in meiner Hütte. Mit einer Leiter. Hä? Wird sich denn da was erlaubt? Ist das der sogenannte Tunnel, den Kev haben wollte? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß nicht, was du meinst. So, wo ist denn deine Kiste, die du meintest? Welche Kiste? Wollt die Sachen reinbacken können? Ja. Da kannst du übersortieren. Stein, Sand, alles was Baumaterial ist. Eine Holzkiste würde ich extra machen. Der Holz kannst du hier oben bei Glas damit reinmachen. Ja. Oh, Sand, Sand. Das ist schon wieder Nacht, ey. Sieht schon wieder düster aus. Ja. Sieht auch schon mal düster aus. Ja, warte. Lass mich doch mal ins Haus rennen, ey. Wir stehen mitten draußen und hier rennen überall Monster rum. Ja, und? Komm hier mal rein, weil ich nicht weiß, wie ich zuordnen soll. Oh. Jawohl. Machen wir euch ein volles Mal hier. Zehn kurz.